Wir haben es letztes Jahr versprochen, genauer gesagt, Christina Turner hat es versprochen, dort in der Marlene Bar. Wir kommen wieder. Hier sind wir jetzt in der Lobby, hier mit diesem Stand. Ein herzliches Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, an alle, die uns die Treue gehalten haben, an alle, die jetzt dabei sind und an alle, die gleich durch diese Tür da hinten kommen werden. Hallo Berlin! Ein herzliches Hallo aus Berlin. Wir freuen uns alle auf einen großartigen Kongress in diesem Jahr 2021, wo wir endlich in der Stadt kriegen fahren. Einmal Hallo aus Berlin. Hallo aus Berlin. Schön, dass ihr alle dabei seid. Das wird eine tolle Veranstaltung. Ich freue mich. Herzlich Willkommen in Berlin.